Wir von der Bellmesson Generalübernehmer Hausbau GmbH in Berlin sorgen dafür, dass Sie wohnen, wie Sie es sich vorgestellt haben. Dabei verbinden wir Immobilie, Handwerk und Design mit unserem Team aus erfahrenen Innenarchitekten und Handwerkern. Wir sind beispielsweise für den Tiefbau und Maurerarbeiten zuständig, genau wie für Bäder, Küchen oder den gesamten Innenausbau. Auch individuelle Einrichtungsgegenstände fertigen wir an. Ferner liegt der Ladenbau und Umbau Ihres Geschäfts bei uns in geschickten Händen. Die Vermittlung von Immobilien rundet unser Angebot ab.